heute bin ich im schönen warkirchen im wundervollen bayern gelandet und ja mache jetzt eine besichtigung von dem hof wo ich kommendes wochenende meinen wunderbaren foto workshop für pferdefotografie halten werde ein wirklich ganz ganz toller kurs in dem wir ganz tolle vielseitige models haben zweibeinige wie vierbeinige mit verschiedensten location verschiedensten aufmachungen mit nebelshooting ja also ganz ganz tolle sachen und ja dann möchte ich einfach mal einen kleinen einblick geben sie haben wir ja guppi haben wir ja so eine schüsse bist du eine tolle mausi ganz eine schöne also entschuldigung da war jetzt die kamera zu groß haben wir uns jetzt angehauen das war mein zeh sehr schön das ist also unser wunderschöner seminar wo wir eben bild besprechen und photoshop machen das ist mein absolutes heiler dieses kleine barock pintofon ist die nicht super unglaublich süß wenn wir jetzt sagst wow das sind ja die super süßen und super coolen pferde hengste shetland ponies die wirklich tolle zirzensische lektionen können aber auch dieses mega süße barock pintofolen wenn du sagst du möchtest ein kreatives augen schulen mehr zum thema pferdefotografie lernen wissen wie man zweibeinige und vierbeinige models wirklich gut anleitet dass die in der perfekten pose auch rüberkommen aber auch wissen wie macht man denn überhaupt so ein fotoshooting was gilt es zu beachten welche hintergründe sind praktisch für welche pferde farben wie macht man das dass sich die pferde gut abheben vom hintergrund und wie präsentiert man eben pferde auch in der bewegung optimal dann bist du mein foto workshop genau richtig nächste woche geht es eben los wenn du dabei sein willst es sind jetzt zwei plätze wieder frei geworden weil einfach ein pärchen kurzfristig leider absagen musste also wenn du die chance ergreifen willst schick mir eine e mail an info at sandrafenzen.com wie gesagt nächste woche das ist dann 14. bis 16. juni glaube ich freitag abend um 18.30 Uhr geht es los mit der theorie bildbesprechung und eben blickschulung von euren eigenen bildern ich freue mich auf nächstes wochenende bis bald deine sandra die ja Vielen Dank.